Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars Final Podcast Episode 109. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, ich habe es ja schon angekündigt, wenn noch was passieren würde bei der Subscribe in Berlin, dann würde ich nochmal nachberichten und das tue ich nun, denn es war wirklich beeindruckend. Da gab es einen tollen Vortrag von Moni, die eine tolle Fotografin ist, auch an mehreren Sachbüchern schon mitgeschrieben hat mit ihrem Mann zusammen und die auch mehrere Podcasts zum Thema Fotografie macht. Und seitdem sie aber diesen anderen Podcast angefangen hat, wird sie nur noch darauf reduziert. Da geht es nämlich um textiles Handwerk, also Spinnen, Färben von Garn und Arbeiten mit Garn, Stricken, Häkeln, sowas. Also landläufig Handarbeit. Das ist so ein bisschen, sagt sie, etwas, wo man auch sehr stark in so eine Mutti-Ecke reingedrängt wird und wo man vor allem dann offenbar in kuratierten Podcast-Verzeichnissen nicht mehr so richtig stattfindet, weil das eben so eine Mutti-Ecke ist. Und dabei gibt es eine große Community, die sich dafür interessiert, sogar mit einem eigenen Social Network, mit Ravelry, gibt es so eine Art Facebook für Handarbeitscracks, die sich da austauschen, die sich da auch, also gibt es halt irgendwie, weiß nicht, zigtausende, die sich da treffen und diskutieren und inspirieren und eben auch eine Gruppe nur mit Podcasts über textiles Handwerk. Und das, sagt sie, ist das Spannende daran, das ist eben dieser Shared-Community-Gedanke, dass sich eben alle Podcasts, die sich mit diesem Thema beschäftigten, in diesem Netzwerk eine Gruppe teilen und dort jeweils auf ihre neuen Folgen hinweisen und auch darüber diskutieren. Das, sagt sie, ist möglicherweise in der normalen, in Anführungszeichen, Podcast-Szene wäre das gar nicht möglich, weil da eben jeder seine eigene Facebook-Gruppe beispielsweise haben möchte oder seine eigene Facebook-Seite. Dass sich also nicht solche Cluster bilden, wie es offenbar bei Ravelry beziehungsweise in dieser Handarbeitsszene üblich ist. Nee, ansonsten war der zweite Tag oder der letzte Tag der Subscribe sehr angenehm. Wir haben da noch ein paar Workshops gehört und Vorträge uns angetan. Viele von denen müssen jetzt inzwischen auch online sein. Da werde ich also nochmal sehen, dass ich zumindest den Vortrag von Moni finde und den nachher in die Shownotes dann einbinde. Gut, ansonsten hatte ich noch, ach ja, natürlich, klar, die Nachbesprechung, das war ja, also die Veranstaltung ging dann irgendwie so ungefähr bis um, na, vier, halb fünf, würde ich mal sagen. Dann haben wir noch alle zusammen so ein bisschen aufgeräumt, also ja, alle zusammen nur auch nicht, da sind dann einige schon verschwunden. Aber viele sind da geblieben, haben mitgeholfen, den Ursprungszustand der Räumlichkeiten wiederherzustellen und ganz zum Schluss bin ich dann noch mit fünf, sechs anderen Leuten mitgegangen. Die wollten in so ein Restaurant in der Nähe, ins Wau und da haben wir dann bei Pizza und Bier den Abend oder die Veranstaltung so bis ungefähr Mitternacht noch nachbesprochen. Und das war unfassbar angenehm, es war ein wirklich witziger Abend, wir haben sehr viel gelacht und haben uns Sachen erzählt und Quatsch gemacht und haben über Podcasting philosophiert und so weiter. Und das hat, das war richtig gut, das hat einen Mordspaß gemacht, ich kriege es nicht mehr zusammen, wer da nur alles war, aber Melanie Bartos hat ein Selfie von uns allen gemacht, ein Gruppenselfie vertwittert und da sind wir dann alle nochmal drauf zu sehen. Das werde ich vielleicht, wenn ich das nochmal finde, dann binde ich das auch ein. Ja, das war auf jeden Fall sehr cool. Ansonsten bin ich ja dann am Montag wieder zurückgefahren von Berlin nach Usum, da habe ich mich so ein bisschen verbucht und ich habe irgendwie nur auf den Preis geschielt und nicht auf die Verbindung. Denn ich hatte ja quasi die bereits gebuchte Rückfahrt von der Republika, habe ich ja verfallen lassen und habe dann ein neues Rückfahrtticket gekauft, weil ich eben nachträglich meinen Aufenthalt in Berlin für die Subscribe noch verlängert habe. Und so hatte ich dann irgendwie eine Stunde Aufenthalt in Hamburg, das war so ein bisschen nervig. Ja, aber Zugbindung Ole, kannst du halt nicht einfach in den nächsten Zug einsteigen und weiterfahren, sondern da musst du halt warten, bis der Zug kommt, für den du dann auch gebucht bist. Das war so ein bisschen doof, aber naja, Gott. Und da war ich dann so gegen halb fünf im Endeffekt in Usum, habe dann noch ein bisschen ums Haus rum getüdelt, also gar nicht mich lange aufgehalten mit Chillaxen, sondern gleich den Rasenmäher raus, das war auch dringend notwendig. Habe da so ein bisschen was gemacht und überhaupt die Woche über ein bisschen Sachen erledigt, die sonst liegen geblieben wären, denn ich hatte noch ein paar Tage frei und das war dann ganz gut. Gut, ja, in der Zeit war ich dann auch im Kino, ich glaube es war Mittwoch, letzter Tag für First Avenger Civil War, also den aktuellen Superheldenfilm aus Marvels Filmschmiede, gab es nur noch in 3D, war auch der letzte Tag. Ja, Gott, also ja, also erstmal, es ist ein cooler Film, der Spaß macht, den man sehr gut gucken kann, finde ich, also so Popcorn-Szenier-Asten-mäßig. Was mich daran gestört hat, war einerseits bei der Story, geht ja darum, dass die Avengers in die Kritik geraten, dass sie immer so viele Kollateralschäden verursachen, also sprich, sie retten einerseits die Welt, andererseits geht da aber in der Regel auch eine ganze Stadt zu Bruch oder mindestens eine und es sterben eben auch Unschuldige und das wird ihnen vorgehalten und deswegen sollen sie also in ihren Kompetenzen eingeschränkt werden. Und das passt Teilen der Gruppe nicht und deswegen geraten sie in Streit und dann kämpfen sie gegeneinander, auch nicht ganz ohne Kollateralschaden, aber halt nicht ganz so doll. So, was mich jetzt aber gestört hat, diese Kritik, also einerseits finde ich es grundsätzlich gut, erstmal zu thematisieren, dass wenn da eben zig Hochhäuser ineinander stürzen, dann, dass da eben auch Unschuldige bei ums Leben kommen, das ist ja auch ein Thema, das man mal ansprechen kann bei solchen Filmen. Dass aber diese Kritik ausgerechnet von jemandem von der Regierung vorgetragen wird in diesem Film, von derselben Regierung, die im ersten Teil der Avengers unbedingt die außerirdische Bedrohung mit dem Abwurf einer Atombombe lösen wollte und da wäre ja nun doch deutlich mehr und deutlich langfristiger zu Bruch gegangen und es wären auch eben viel mehr Menschen ums Leben gekommen, als mit den Kollateralschäden der Avengers. Ansonsten, also das ist so viel zum Inhalt, was mich gestört hat, aber viel wichtiger war eben dieser Quatsch mit dem 3D, ich bin da ja kein Fan von, erstmal wird es dadurch teurer, zweitens mussten wir dann die Brillen kaufen und als Brillenträger eine 3D-Brille noch über die normale aufzusetzen, das ist halt auch unbequem, finde ich zumindest. Ja, also das hat schon mal so ein bisschen genervt und wir haben also insgesamt irgendwie 12 Euro für die Kinokarte bezahlt und das eben zu zweit und dann noch Popcorn und was zu trinken und dann ist halt auch wieder so, darf man sich auch nicht wundern, wenn immer mehr Kinos kaputt gehen auf dem Land. Nee, was mich daran massiv gestört hat, dass der Film den 3D-Effekt eigentlich gar nicht braucht, um Spaß zu machen, sondern ganz im Gegenteil, es gibt eigentlich nur zwei Szenen im ganzen Film, wo ich das Gefühl habe, dass 3D dem Film wirklich hilft. Und das sind eher ruhige Szenen, wo so ein Tiefeneffekt im Raum entsteht und wo der 3D-Effekt dann tatsächlich das ein bisschen verstärkt und ein bisschen erfahrbarer macht. In den allermeisten anderen Szenen nervt es halt einfach nur, gerade bei schnellen Kampfszenen ist es halt, da gibt es gar keine flüssige Bewegung mehr. Ist euch das mal aufgefallen? Das ist so wie so eine Diashow, so wo bewegt sich das Bild und ich habe auch mit meiner Frau darüber gesprochen, ihr geht das ganz genauso. Also es liegt nicht daran, dass ich jetzt irgendwie zwei Brillen auf der Nase habe. Und da hätte ich doch also lieber den Film in 2D geguckt und hätte da, dann hätte ich es mehr genießen können. Einfach einerseits aus Bequemlichkeitsgründen mit dieser blühen Brille und andererseits eben, weil es dann halt ein flüssiger Bewegungsablauf ist, den man da einfach sieht. Das wäre viel besser gewesen. Naja, gut. Ansonsten, wie gesagt, die Woche hatte ich frei, habe da nicht viel gemacht, aber immerhin ein bisschen mich betätigt, aber ja, jetzt auch nicht so wahnsinnig ausufernd. Ich habe da auch, wir sind auch nicht mehr weggefahren, weil meine Frau ja auch arbeiten musste und ja, ich habe so ein bisschen rumgedümpelt und war für mich und das war auch, das war genau das Richtige. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht damit, dass ich mich auch konsequent weiterhin nach dem Frühstück immer nochmal hingelegt habe. Zum Teil sogar zwei Siestas an einem Tag gemacht, das ist ja eigentlich der Traum und dafür ist Urlaub ja auch da. Das Problem ist, dass ich mich da sehr schnell und sehr ausführlich daran gewöhnt habe, denn jetzt möchte ich das gerne immer machen und ich sehe schon, das wird nicht ganz gehen. Das klappt nicht, aber naja, gut, das ist wie es ist. Heute Veröffentlichungsdatum ist der 16. Mai, gestern am 15. musste ich dann überraschend nochmal raus, weil sich hier in der Nähe ein relativ schweres Zugunglück geeignet hatte. Ein Regionalzug hat ein Auto an einem Bahnsteig erwischt, einen Bahnübergang erwischt, ein unbeschrankter Bahnübergang, wo man nach rechts und nach links über die Felder gucken kann. Ja und irgendwie ist es da zur Kollision gekommen, ein Mensch ist dabei gestorben, zwei Kinder wurden sehr schwer verletzt und ja gut, da muss halt jemand raus und muss davon berichten. Ich mag solche Einsätze nicht, weil das halt, ja man kommt sich halt immer vor wie so ein Geier, der irgendwie mit dem Tod und mit dem Schmerz anderer Menschen irgendwie auch noch Geld verdient. Und streng genommen ist das ja auch so, ich habe damit Geld verdient, aber es muss halt auch irgendjemand darüber berichten, das ist eben unser Auftrag. Und ob man das nun, also ja, die eigene Haltung dazu trägt natürlich dazu bei, wie man darüber berichtet, denn also es gibt gerade viele freie Kamerateams, die zu solchen Unfällen immerhin hetzen, um da möglichst spektakuläre Bilder zu drehen und die dann großflächig an die Medien zu verkaufen. Und naja, die sind da, die sind sehr, sehr schmerzfrei, was das angeht, habe ich jetzt bei diesem Unfall nicht so erlebt, aber es gibt eben auch, ich habe eben auch schon mit Material von solchen Firmen gearbeitet, weil ich eben dann darüber aus dem Material was machen musste fürs laufende Programm. Ja und bei mir fällt da eine Menge unter den Schneidetisch, also ich brauche keine Großaufnahme von einem blutverschmierten Airbag zu sehen in so einem Film, das will ich einfach nicht. Das ist mir einfach zu nah dran. Ich möchte auch als Zuschauer nicht so nah rangeführt werden, bildlich, dass ich, also wenn ich ein völlig zerstörtes Fahrzeugwrack aus der Entfernung sehe, dann reicht das völlig aus. Dann kann ich mir ungefähr vorstellen, was da passiert ist. Dann muss es nicht eben auch noch der letzte Blutstropfen sein, der da irgendwo auf der Straße oder sonst wo zu sehen ist. Nee und deswegen fand ich es dann doch wieder okay hinzufahren, denn dann fährt eben, dann müssen wir nicht mit Material arbeiten, das irgendjemand anders dann zuliefert, der da vielleicht ein bisschen anders mit umgeht mit der Situation. Wie gesagt, es ist ja auch nicht immer leicht, aber man darf sich sowas ja nicht unbedingt so vergegenwärtigen. Das ist ja das, was man gemeinhin als professionelle Distanz bezeichnet. Ja, Abstand halten, respektvoll, die Leute ihre Arbeit machen lassen, Feuerwehr, Bestatter, Polizei, denen fällt das auch nicht leicht. Und da muss ich da nicht auch noch groß rumwuseln. Also ich habe mich da dann eher im Hintergrund gehalten, habe mir meine Informationen zusammengesammelt und habe dann da meine Berichte gemacht fürs Radio, noch ein paar Fotos dazu und ja, das war es dann auch. Aber da war halt dann der Sonntag im Arsch, das erklärt jetzt auch so ein bisschen, warum der Podcast heute erst erscheint am Montag. Aber es ist ja ganz gut, dass Feiertag ist. Das ist aber auch der Grund, weswegen ich nicht darauf hinweisen konnte, dass gestern unser neues Nord-Süd-Gefälle erschienen ist. Die aktuelle Folge ist auch gleich die Jubiläumsausgabe. Wir machen das jetzt seit zwei Jahren, Dottie und ich. Und das finde ich schon ziemlich krass, denn mir kommt das gar nicht so vor, als wären das schon zwei Jahre, die wir das machen. Und ich hoffe, dass das auch einfach noch länger so weitergeht, denn das macht einen Heidenspaß. Auch diese Aufnahme hat wieder ziemlich Spaß gemacht. Das war wieder sehr, sehr angenehm. Abgesehen von einigen technischen Problemen, die wir hatten. Wir haben uns über Teamspeak zuletzt immer aufgenommen und da haben wir uns irgendwie dann streckenweise gar nicht gehört und sind dann auf Skype gewechselt. Da wurde es auf meiner Seite zumindest ein bisschen besser, doch die sprach davon, dass sie immer noch mehr oder immer noch Aussetzer hat bei mir, dass sie mich also nicht so gut hören konnte. Ja, ich vermute so ein bisschen, dass das mit an der Fritzbox liegt, die ich jetzt hier im Einsatz habe. Ich habe den Eindruck, dass dadurch die Verteilung des Internets bei uns im Haus ein bisschen schlechter geworden ist, seitdem ich das Ding habe. Also es war mit dem Telekom-Router doch ein wenig konsistenter. Also ich habe auch mit dem Handy relativ häufig Verbindungsabbrüche mit dem WLAN, obwohl dann viele andere Geräte noch weiterhin online sind. Das kann man immer daran sehen, dass der Fernseher noch funktioniert, denn wir gucken auch über das Internet Fernsehen. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt hier im Büro, in meinem Podcast-Studio, habe ich so einen Powerline-Adapter. Das ist ein Gerät, das das Internetsignal über die Stromleitung von der Fritzbox in meine Podcast-Cheminate überträgt. Und jetzt bin ich da, also kann ich dann auf WLAN verzichten und habe also ein normales LAN-Kabel hier im Einsatz. Das sorgt eigentlich dafür, dass bei Skype-Verbindungen die Qualität ein bisschen besser ist, weil man eben den Risikofaktor schwankendes, flackerndes WLAN nicht mehr hat. Und keine Ahnung, ob das jetzt wirklich was gebracht hat. Bei Puerto Partida hingegen hat es funktioniert. Ich bin nämlich jetzt in der aktuellen Folge, die morgen erscheint, Kandidat bei diesem interaktiven Rätsel-Rollenspiel-Podcast. Ich bin ja Fan der ersten Stunde und habe mich aber nie so richtig getraut. Es geht dabei darum, dass man in so eine Rollenspiel-Situation reinkommt und auf der Insel Puerto Partida irgendwie landet. Und dann muss man auch so ein bisschen gegen die Zeit arbeiten und muss Rätsel lösen, muss also, ja, man kriegt so Aufgaben gestellt, Logik-Rätsel, die auch ein bisschen was mit Mathe meistens zu tun haben. Und die muss man lösen und mit der Lösung anschließend kann man dann also irgendein wildes Unglück verhindern. In der aktuellen Staffel geht es darum, dass, so viel kann ich sagen, denn die läuft schon eine Weile, dass eine Erdbebenmaschine im Vulkan der Insel installiert ist. Und alle zwei Wochen droht die also, den Vulkan zum Ausbruch zu bringen und die ganze Insel zu zerstören. Und der jeweilige Kandidat ist derjenige, der das Ding dann daran hindern soll. Und ob mir das nun gelungen ist oder nicht, das will ich noch gar nicht verspoilern. Das müsst ihr euch morgen anhören in der aktuellen Folge. Ich kann nur so viel sagen, es ist echt anstrengend, dabei mitzumachen, weil man, das ist halt so eine Mehrfachbelastung. Einerseits will man natürlich ein gutes Rollenspiel abliefern, das soll ja auch unterhaltsam sein. Und andererseits muss man aber echt aufpassen und sich ganz viele Notizen machen, um diese Rätselhinweise dann auch richtig zusammensetzen zu können. Und mein lieber Scholli, das war nicht einfach. Also ich habe da, ich war wirklich... Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Das würde zu sehr etwas vorwegnehmen vom Ergebnis. Ja, ansonsten fällt mir noch ein, möchte ich noch darauf hinweisen, wenn ihr euch die Zeit verkürzen wollt, bis Puerto Partida morgen rauskommt, dann könnt ihr jetzt noch das Nord-Süd-Gefälle hören in der aktuellen Folge. Und wenn ihr danach dann noch Zeit habt und ihr werdet danach noch ein bisschen Zeit haben, dann geht doch mal auf Spiegel, Spiegel Online nicht, auf tvspielfilm.de slash Grimme. Da könnt ihr nämlich abstimmen für den Grimme Online Award. Drei Podcasts sind für den Preis nominiert, unter anderem auch Puerto Partida und noch zwei andere, nämlich Staatsbürgerkunde und technische Aufklärung. Man hat da als Benutzer, als Abstimmender drei Stimmen. Drei Podcasts sind im Topf, also könnte sich zum Beispiel anbieten, für die drei dann zu voten. Aber ich will da nichts vorwegnehmen, das muss ja jeder selber wissen. Gut. Was habe ich noch? Ich habe noch, ach ja, so als kleinen Rausschmeißer hinten raus, mein Lebenstipp, Public Service Announcement, schick niemals jemanden Bier holen, der selber kein Bier trinkt, denn das geht immer schief. Meine Frau war einkaufen die Woche und ich weiß gar nicht warum, auf jeden Fall war ich nicht mit. Und ich habe dann gesagt, Mensch, wäre doch mal schön, mal wieder ein bisschen Bier im Haus zu haben, bring doch mal ein bisschen Astra mit. Denn Astra trinke ich eigentlich ganz gerne, wenn es kein Craft-Bier gibt. Und sie wusste ja nicht was und sie hat dann halt den einen Sechser-Träger gegriffen, der noch da war. Und das war halt dummerweise Astra-Rakete. Weiß nicht, ob das irgendjemand kennt, aber das ist ein Astra mit Citrus-Wodka drin. Und ich muss sagen, das geht gar nicht. Nee, wirklich nicht. Also ich habe eine Flasche getrunken davon, heldenhaft, habe ich sie geleert, aber ich glaube nicht, dass ich eine zweite vertrage, denn das schmeckt einfach nicht, das Zeug. Und das war ihr auch hochnotpeinlich, aber sie hat sich da natürlich überhaupt nichts vorzuwerfen, denn ich hätte ja auch konkret sagen können, bring bitte Astra-Urtyp mit, also das ganz normale Pilz und dann wäre es ja auch in Ordnung gewesen, beziehungsweise ich hätte auch einfach mitkommen können, um da mit einkaufen zu gehen. Naja, gut, es ist wie es ist. Vielmehr habe ich gar nicht für diese Woche. Ich wünsche euch eine fantastische kurze Arbeitswoche, beziehungsweise hoffentlich habt ihr alle noch ein bisschen frei. Ist ja eine kurze Arbeitswoche, das ist ja dann ganz angenehm, wenn man hin muss und wenn nicht, dann bietet es sich halt an. Fünf Tage frei mit vier Urlaubstagen geht ja auch mal. Wir hören uns planmäßig am Sonntag wieder mit Jörn Schaas von Podcast Ausgabe 110 dann und bis dahin sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.